Dirk, wie bist du eigentlich damals Handelsvertreter geworden? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran! Stefan fragt bei Facebook, wie war das bei mir damals vor 26 Jahren, als ich selbstständiger Handelsvertreter, freier Handelsvertreter geworden bin? Bei mir war das sehr speziell. Ich habe Leistungssport gemacht und über den Leistungssport kannte ich, hatte ich Kontakte zu Materialsponsoren, wo ich meine Sportausrüstung herbekommen habe. Und einer von denen suchte Verkäufer, Verkäufer im Außendienst. So, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, ich kannte die Produkte, ich konnte unfallfrei reden, also kann ich auch verkaufen, habe ich gedacht. Ich habe mich dann dort vorgestellt, es gab niemals eine Bewerbung. Ich habe mich einfach vorgestellt, angerufen, Termin gemacht, hingefahren, vorgestellt und dann hat man gesagt, okay, du kannst starten. Aber, sie wollten damals 50.000 Euro von mir haben, für dieses Gebiet. Also, ich sollte eine Ablöse für das Gebiet zahlen, um überhaupt als Handelsvertreter dort loslegen zu können. Das ist üblich so, weil du übernimmst ja auch kaufende Kunden. Und selbst wenn du dann keine eigenen Umsätze machst, kommen ja trotzdem Umsätze rein. Ich hatte die 50.000 nicht, also hat man mir angeboten, als Angestellter Reisender zu arbeiten. Das habe ich zwei Wochen lang gemacht und dann gab es die Gelegenheit, rückwirkend den Vertrag als Handelsvertretervertrag umzuschreiben. Der Chef hat gesehen, ich war motiviert, ich habe Gas gegeben und hat mir dann die Gelegenheit geboten, hat gesagt, okay, du bekommst das Gebiet ohne die 50.000 Einstiegsgebühr, du kannst ohne Einstiegsgebühr dort starten. So, das habe ich gemacht und habe dann insgesamt neun Jahre lang als Handelsvertreter im Außendienst meine Brötchen verdient. So war das bei mir. Übrigens, der Tipp an der Stelle, Handelsvertreter kann jeder werden. Du musst einfach nur dein Gewerbe anmelden. Zweitens, Handelsvertreter hat unglaublich gute Einkommensmöglichkeiten, gleichzeitig aber doch das Risiko, dass du deine Kosten selber trägst. Und drittens, du brauchst immer erst die Vertretungen, immer erst die Produkte, die du verkaufen willst und dann meldest du erst ein Gewerbe an. Nicht umgekehrt. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute.